und herzlich willkommen zu der letzte folge dann aber komplett du die alter weiterung ultimatum und die neuerweiterung sie geht man hat garantiert nichts gehört durch fällt jetzt ein trommelfellbruch haben es tut mir überhaupt nicht leid das kommt doch meine let's plays okay dann müssen wir sagen auf los geht's los mein red hat bereits 12.000 level kann man machen ja und dann laden wir mal das game so hier war auch schon wieder ganz schön viel kack am dampfen da hinten haben die tränen teleportiert ich sag die tippe verdient schon wieder scheiße so ich glaube ich werde in dieser map so oft sprechen dass ich nicht nur 60 fps sondern auch 60 fps also saves per second schaffe so hier war ein secret für was war das ach so für ne ja komm war zwar etwas verschwindung aber ganz ehrlich fuck off so hier hinten können wir erstmal nichts machen da war auch nichts also können wir nur hier lang gehen ist doch mal ein wort was denn schon wieder und digga wo kommt das bitte her aus der ecke oder was denn auch nicht mehr stadt direkt abgelehnt Was ist das? Hallo, wie werfen wir mit Treffen, Ju? Warte mal. Okay. Leider kann man dadurch mal eine Handkarte reinwerfen. So, jetzt müssen wir hier mal... Wie machen wir das zum dümmsten? Ähm... Lass mal. Hä? Ach, wow, man hat sie gleich direkt... Man steht quasi direkt auf Lava. Boah. Wapp. Alter, los, Thor und Pinky. Wie soll man denn hier irgendwas Sinnvolles machen können? Wo kommt ihr denn her? So, wir können mal was aufmachen. Genau. Wow, das ist ja einer. Okay, wir haben kaum... Doch, wir haben noch... Alter, wo ist denn der? Ach, leck mich doch, Mann, du scheiß Auto-Aim. Boah. Junge! Ich fick deine Oma. Verpiss dich halt. Achso, ist schon tot. Sehr schön. Alter. Alter. Also manchmal, ne? Nach unten kannst du nicht schießen, weil der im zu weit unten war. Du kannst kaum was sehen. Wohl da diese beiden Pinky... Ähm... Deine Mutter war. Der egal. Wie erfindet denn so einen Dreck? Das war grad komplette Verschwendung. Alter, ich will doch nur leben. Der lebt noch. War doch klar. Und blockiert mich natürlich. Deine Oma wird gut schmecken. Jetzt reicht's mir. Jetzt kommt ihr... Jetzt fick deine Oma. Alter, warum komm ich jetzt hier nicht mehr durch? Ich will sterben. Hier wird echt jeder Zentimeter zu einem Experiment. Oh mein Gott. Na. Was hat der Ruhe an sollen? So, wo ging's dahin? War doch auch ein Secret, oder? Nein, hier war nur der Tod. Hier war nur der Tod. Hier und jetzt... Das war's schon? Das war's schon! Ah, you're fucking kidding me. Hä? Ach da. Ach, leck mich doch. Okay. So, jetzt einmal hier rauf. Ähm. Wo, 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 wo? Ach du Scheiße, ach du Kacke. So, hier kommen wir nicht rein, brauchen wir erstmal eine rote Karte. Also jetzt müssen wir doch erst in die andere Richtung gehen müssen. Okay, hier war die BFG, die Big Fucking Gun. Die Gun is gone. Und jetzt? Jetzt kriege ich ja auch nichts. Hä? Komm, bekam ich hier für die rote Karte her, oder was? Ach komm jetzt. Stopp halt. Wo denn? Da oben. Bist du schon wieder hier? Also langsam nervte, ne? Ein paar Half-Packs wäre mir lieber, aber geht doch so. So, jetzt habe ich die rote Karte. Mit der rote Karte kommt genau da oben hin und auch, genau da oben. So, jetzt teleportiert sich hier offenweise Scheiß rein. Ich muss mich also beeilen. Nein, naja, doch, war richtig. Wo war die richtige Seite? So. Ähm. Ja, lauf doch mal. Die haben eigentlich alle schwache Gegner hier. Also, habe ich ja schon Rüstung. Hä? Hä? Nani? Ähm. Wo genau muss ich jetzt hin? Das habe ich doch gerade schon gedrückt. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ach komm jetzt. Mach hin. Oh. Na, dann kommt mal erstmal her. Kommt erstmal alle her. Äh, bitte nicht so nah. Hä? Momentchen mal. Ich dachte, die kam erst später. Ich musste doch zweimal durch den Raum durch. Ich dachte, die kam erst beim zweiten Mal. Das verändern natürlich alles. Muss ich mich jetzt echt ein bisschen beeilen, ja. Nein, 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 nein. Nicht hin. Nicht hin. Was mache ich denn da? Alter, jetzt kommen wir ohne noch los. So, jetzt. Ihr wollt mich noch alle verarschen hier. Kommt. Wo sind die jetzt? Mann, ich fäng euch alle ins Hemd. Ey. Oh. Na ja, komm mal her. So, ist jetzt noch der Lost Souls da? Oder hat er irgendeine... Nee, er ist natürlich noch da. Und es sind auch gleich 20 Stück. 30 Stück. Alter. Kam die da umkratten aus den Fächern raus, oder was? Ich habe dich erwartet, mein lieber Freund. Aus der Grundschulzeit. Na komm, 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 komm. Danke. Sehr schön. Okay, jetzt muss man nur gucken. Da unten waren hoffentlich Shotgunner und so normale Leute. Aber ich weiß nicht mehr, ab wann die jeweils kamen. Ich renne einfach mal durch. Ach, dein... Ach, aha. Das verfällt einiges. Okay, das ist aber kein Shotgunner. Junge! Geht doch. Da ist jetzt andere Ding. Nani, oh my, oh my, oh my. So. Gucken, was uns erwartet. Ah, yes, Kam die Shotgunner. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, oh Gott, ja. Der Part. Okay. Oh, Junge! Kommt hier alle her? 50% Leben noch. So, mal gucken, wo wir jetzt hin teleportiert werden. Ach, jetzt... Jetzt kamen noch mal welche. Ey, wir wollen doch verhaftet, oder? Okay, die Shotgunner sind jetzt soweit alle weg, hoffe ich mal. Ich ziehe keine mehr. Ach, jetzt kam die Kacke hier. Junge! Bin ich jetzt gerade? Jetzt bin ich wieder hier? Ach ja, das war ja das, wo ich da hier irgendwo langlaufen musste. Äh, das ist jetzt hier so gerade laufenderweise zu absolvieren, ist natürlich eine schöne Sache. Äh, aber es geht tatsächlich. Äh, aber es geht tatsächlich. Was jetzt? Es geht so einfach als ich dachte. Oh, lol. Oh, alter. Digga, wie viele. So, also... Bei der Trottflinte muss ich zwar immer nachladen, aber profil ist es nur zwei Schüsse. was wurde deine mutter sequels gab es hier keine oder also alles lang laufen bringt gerade nichts also gerade im kreis laufe also hier muss ich normalerweise lang das will ich aber noch nicht lang weil ich die ersten mal hier hups eine hier muss ich normalerweise lang hätte also volle karache verlaufen dann kann das noch ein secret sein pick up clip ok kommt man jetzt sanks oh fuck ja richtig schuld Meine Fresse, diese fucking Lost Souls, ey. Alles so blöd hier, fährt gleich raus. Die paar Clips interessieren mich im Scheißdreck. So, die sind bitte schon gerade langlaufen. Komm, 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 hoch. Ey, wie lang brauchst du, um hoch zu gehen? 6% Leben kann ich vergessen. So, jetzt. Nein, das gibt's nicht. Oh, ich will sterben. Geht doch. So, wie ist da? Ich wollte doch nur dieses Healthpack haben. Ich krieg ne Friese. Ich krieg ne Krise. Egal, was ich mache, ich mach's falsch. Danke. Danke. Speichern. Alter. Also manchmal, ne, da zweifle ich an meinen eigenen Fertigkeiten. Ne, also, irgendwie. Oh Gott, jetzt kommt das Ding hier. Ich bleib mal gleich links, weil hier sind die ganzen Monster drin. Sonst gehen wir nicht auf uns. Boah, Alter. Danke dafür. Ja, gut platziert. Was? Unter mir sind auch welche? Warum sind unter mir welche? Seit wann das? Ja, war klar. Okay, also einfach so schnell wie möglich langlaufen. Ne, die blockiert natürlich trotzdem meinen Weg. Okay, wir sind gefickt. Und zwar richtig mit Schmackes. Vor allem, weil ich hier nichts mehr sehe. Junge, deine Mutter. Es gibt's nicht. Ne. Na, komm. Hallo, wo bist du denn jetzt? Geht doch. Boah, Alter. Boah, Alter. Ha, dass man hier nichts mehr sieht, ey. Digga ist auch noch gut. Oh, meine Güte, Leute. Jetzt komm mal her. Das ist die Zentraumatisierend. Das ist auch der Grund, dass wegen das Spiel damals indexiert wurde, dass man nicht für die ganzen Blut und so, sondern einfach für das Albtöme verschafft hat. Junge, wo bin ich jetzt lang? Mann, ich will einfach nur noch sterben. Du Hurensohn. Oh, Alter. Da ruf jetzt mit dir. Gott, du bist so dumm zum Kacken. Kann das sein? Ich fick deine Oma. Dein Opa. Ja, ich bin schwul. Ich fick deine Oma und dein Opa gleichzeitig. Das wird ein hübscher Dreier. Alter. So manchmal, ne? Na, komm. Danke. Lauf doch mal. Was ist das gar nicht wieder für eine Scheiße? Ja, schieß doch noch 20 Mal, Junge. Ich krieg das nicht hin. Rein, raus. Wie beim Gefechtsverkehr. Boah. Däger. Nein, woher geh ich jetzt schon wieder? Na, komm. Na, komm. Na, komm. Oh, schon 3 E20 Filosoules. Nice. Na gut. Jetzt noch ein Witz. Bei der letzten Ascension hatte ich schon 1 E22 Filosoules. Heißt also, ich muss in dieser Ascension mindestens 1 E26 Filosoules erreichen. Damit ich immer das 10.000-fach erreiche von der letzten Ascension. Alter, jetzt kommt der nicht mehr. Ja, Mann. Ich. Ja. Ich hab zwar nicht zweimal geschossen, aber schieß doch halt zweimal. Wo bist du denn jetzt? Na, komm jetzt. Du Gottverdammter, Momentum. Noch einer? Was jetzt denn wieder? Bitte nicht noch ein Pinky. Ach, ne, muss nicht. So, wir haben doch gar keine gelbe Karte, oder? Die gelbe Karte ist da unten. Och, ne, ne? Wo? Oh, Alter, ganz ehrlich. Ist auch hier. Ist ja nur wirklich der Allerletzte. Ja. So, wo war jetzt die Karte? Was, die hier genau gewesen sein. Ja. Und ich sehe schon wieder nichts mit diesem Scheiß. Oh, Alter. Was? Geht das hier hoch? Da. Okay. Sehr schön. Oh, Alter. Manchmal. Manchmal wünschte ich, eine Software würde leben, damit man sie noch umbringen kann. Wie viel hältst du nur aus? Egal, das ist das Platter-Monitur. Kannst du bitte einfach mal sterben? Ach, das war schon das Ziel. Okay, nee, komm. Dann machen wir es dann einfacher hier dann. Ja, wir machen es uns einfacher, indem wir sterben. Einfach sterben ist auch einfach, ne? Also, von daher. Ich dachte, ich habe es jetzt nicht hier gespeichert. Genau. Du herkommen und jetzt kann ich mich hier einfach langlaufen. Perfekt. Und damit sind wir in der letzten Map. Und die wird richtig scheiße, soweit ich weiß. Die ist auch, glaube ich, extrem groß. Oder? Hä? Ähm. Achso, ja. Okay, muss nur nach links oder nach rechts? Okay, dann war ich mal der falsche. Oh Gott, warum muss ich wieder lang? Hä? Und was für Hölle? Irgendwo muss ich noch ein Schalter... Ach, da! Ist das jetzt hier richtig? Oh, lauf doch mal schneller. Wieso muss ich jetzt lang? Ach, hier. Okay, da gibt es nichts Interessantes mehr. Also, Rinder. Und jetzt dann? Der Map ist ganz anders, als ich es hier in Erinnerung hatte. Ach wohl, ne, doch. Doch, ist richtig. Oh, ne, hier ist der Ausgang. Nicht so lieb, komm ich ja. Oh mein Gott. Hier ist was heller leuchtet. Oh, ja, klar. Ja, ja, ist klar. Ist klar gewesen. Ah, hier ist die Treppe. Gott damn it. Na, ist ja wieder verkackt hier. Klar, blockiert mein Weg. Blockiert einfach mein Weg. Ich werde euch noch alle vor eurem fucking Geburtstag gefickt haben. Das heißt, bevor ihr 18 seid. Damit mache ich mich strafbar, aber ich werde es auf jeden Fall genießen. So. Du tot. Du tot. Wiesste, ich wüsste gerne, wie alt so ein Pinky, äh, so und so. Ach, ich weiß nicht, wie so ein Ficker hier ist. Ob ich überhaupt ein Spiel spielen darf. So, kann ich das jetzt endlich mal durch, oder bekippe ich hier noch was? Geht doch. Äh, das war natürlich zu weit. Ach nee, doch, ich muss doch da durch. Ähm, bitte richtig. Dieses Strafe Running ist immer so. Nope. Geht doch. Geht doch. Und jetzt? Ich habe noch keinen Gegner umgebracht. Also, komm, komm. Hä, bin ich jetzt hier gelandet? Ach, du Scheiße. Ja, gut, das war's ja auch schon, ne? Also, ist das so? Ähm, ja. Das war ja, wow. Das war ja, also, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Cyber Demon und dem Spider Master, das war grad noch einfacher, als ich dachte. Ich meine, dass ich sie einfach nur ausweichen konnte, das wusste ich ja. Aber, dass ich praktisch auch schon langlaufen kann, noch bevor sie überhaupt da sind. Das war jetzt ein bisschen erschreckend, diese Erfahrung. Ich meine, das wäre erstmal scheiße, dass man hier über langlaufen muss, aber es geht. Man kann ja auch gar nicht langlaufen. Digga, man kann also nicht mal reinfallen. Man kann einfach mal, man braucht ja wirklich mal langlaufen. Oh, okay, bei dem kann man reinfallen. Verrückt. Interessant. Na gut, okay, wie gesagt, dann war's das auch schon. Da ging die letzte Map doch wesentlich kürzer als gedacht. Da ging die gesamte Aufnahme. Eine halbe Stunde, ja, doch, muss reichen, ne? Ist ja jetzt sowieso Feierabend, also, das war's ja. Ja, von daher, das war's mit Doom. Dann kommt morgen, übermorgen wieder mein Test. Ich weiß noch nicht, was ich da genau aufnehme. Ja, und dann sehen wir uns also nächste Woche wieder mit Doom und Clicker Heroes. Schau mal vor.